Wie spät ist das? 5. Mai 1977. Und wo bin ich? Köln-Bocke-Münd. WDR Studio Gelände Halle 4. Und Cut! Könnte ich vorher was zu trinken bekommen? Mein Hals ist heute ein bisschen kratzig. Ein Glas Wasser. Haben Sie auch was für Erwachsene? Ein Glas Sekt. Sehr gern. Wie spät ist es? 1939. Der Krieg fängt an. Sie müssen weg. Bei jeder Bombe habe ich gejubelt. Gott sei Dank. Bravo! Geht das etwas leiser bitte. Noch leiser. Ich muss in 10 Minuten ein Buch abgeben. Entschuldigung, wie spät ist es? 2023. Und wo wollen Sie hin? Ich muss hier einfach raus.